hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video von wwe supercard ja der king of swing ist mal wieder beendet die road to glory ist im vollen gange und wir schauen doch erstmal was wir bei der team road to glory hatten auf jeden fall kann ich schon mal sagen dass wir die weise mania karte team embers nicht geschafft haben leider aber dafür haben wir kein geholt und den kann ich proben so ich glaube ja ist nicht mehr viel was ich da play level muss also zunächst ein road to glory einzeln werde ich den geproht haben und dann gehen wir doch auf die einzelne road to glory da gibt es als wessermannia karte den rusev und als event karte den aj styles und als erweiler karte die natalia meine wäre meine zweite survivor die war na komm machen so und jetzt ist auch schon ich habe 172 von 180 also schaffe ich noch locker in einen tag und sechs stunden rusev werde ich nicht mehr ups das war ja jetzt jetzt rusev werde ich nicht mehr spielen also ein paar spiele aber ich werde die mir diesmal nicht holen so wie in ljs da jetzt dafür habe ich einfach zu wenig zeit das letzte mal bei ljs da jetzt hatte ich gehabt dass ich donnerstag und sonntag frei hatte und leider diesmal gar nicht frei dann gab es auf legendär dean and bros eps dolfzigler ultra selten kofi kingston besonders selten sie müssen selten calisto auf ungewöhnlich charlotte und gewöhnlich roman reigns genau also natalia werde ich mir noch holen aj styles habe ich geproht ähm ja sieht eigentlich recht geil aus und jetzt werden wir noch zum king of the ring gehen wenn das hier mal ich weiß ja nicht immer warum das hier so lange dauert so dann gehen wir auf den king of the ring wieder mal ein survivor king of the ring und ja ich zeige euch diesmal halt äh die legendäre karte vielleicht wird es ja eine diebe das erste match habe ich 4 1 verloren und das zweite match 3 2 bin als vierter rein und gegen den fünften naja leider verloren äh irgendwie komme ich das ist jetzt schon der zweite king of the ring auf survivor wo ich im viertelfinale nicht weiterkommen komischerweise naja also eine tiefer brauchen wir die wir proben können dann könnte ich in der roto glaube ich habe ich dann alle legendäre pros dieben kann ich die alicia fox raushauen die die war von survivor also so weiter die war also bitte eine legendäre die war karte kommen und es ist denn denn wie gesagt die legendären karten die helft mir nix mehr erde bringen mir nix mehr scheiße Ne, also ein totaler Reinfall immer wieder, scheiße, ja, gut, was ich noch sagen kann ist, freut euch schon mal auf morgen, morgen kommt ein cooles Video von Supercard, da will ich was besonderes ziehen, so, dann soll es das gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und falls ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst doch ein Abo da, ist kostenlos und ich bin damit raus und sage Tschau, Tschau.